Okay, dann würde ich sagen, drücken wir beide mal bereit, ha? Ja, ich habe nur gerade kurz geguckt, was es für Herausforderungen gibt. Meine Herausforderung ist, dass ich überhaupt mal einen Kill schaffe, ohne gleich wieder zu sterben. Das wäre schon mal was. Willst du auf der Karte markieren und mal rausspringen, oder soll ich? Ich. Du willst, okay. Das nächste Mal du. Wahrscheinlich gibt es eben noch eine ganz kurze Runde, weil ich gleich wieder sterbe. Nein. Dieses Spiel hat so eine schlechte Performance, komischerweise. Bei mir zumindest. Warum? Es läuft nicht so ganz flüssig. Ich muss mal kurz in den Einstieg gucken bei mir. Ich habe schon einfach noch. Automatisch. Karte. Also, du markierst? Ja, habe ich schon. Blau. Okay, ich sehe es. Erzählst du da runter? Okay. Können wir jetzt schon machen. Eins, zwei, drei. Los geht's. Oh, oh. Boah, ich habe. Weniger als 50 F-Bass ist es eigentlich. Ist die noch keinen? Doch. Oh, ja, der ist ein Leben. Direkt vor dir. Richtig. Mal gucken, ob der, wenn ich denn mal einen Propeller reinkriege. Ich stehe da irgendwie. Als er flittern kann. Der ist direkt zu meiner Markierung geflogen. Oh Gott, da sind viele, glaube ich. Mhm. Ist auch hier. Stimmt, eine kurze Runde. Verband kriegt mir nichts bei einer Waffenleiter. Hilfe. Vielleicht du es nicht. Ich habe schon eine. Ein Werkzeug. Ein Werkzeug. Eine Pistole. Scheiße, scheiße, scheiße. Du bist doch, du bist da. Okay. Oh, oh. Ich glaube, ich gehe jetzt mal flüchten irgendwie. Was ist das? Oh, da ist schon einer. Zack. Du erschierst mich jetzt. Achtung. Lass mich doch bitte leben. Ich bin ein Noob. Ich bin ein Unfänger. Leute, beschützen mich. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich verstecke mich hier in einem Haus. Gott, wo ist dahin? Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe einen Fass getötet. Der krabbelt. Oh, ich habe ihn getötet. Oh, das ist sehr gut. Nein. Oh, der stand gerade direkt in der Tür drin. Ich bin schon wieder angeschossen. Ich bin Level 8. Das ist toll, aber wieso kann ich mich jetzt nicht heilen? Das ist doch blöd. Oh, warte. Ich habe so einen fetten Medipack. Ich habe nur nichts. Du musst Medipack genauso benutzen. Warte, ich kann dich wieder bewegen. Oh, warte. Ich komme auch nicht ins Inventar dran. Jetzt hätte ich den Medipack rausgeschmissen. Du kannst mich beleben. Ach so, da passiert gerade irgendwas. Und jetzt schnell, 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 weg, weg, weg. Ich bin gleich tot. Ja. Oh Gott. Ich kann mit. Ich sterbe, ich sterbe. Ich sterbe. Das war so klar. Ich bin schon tot. Ja, jetzt ich auch. Dann zurück zur Lobby. Genau, zurück zur Lobby. Noch eine Runde. Leute, Leute, Leute. Warum ist die Performance so schlecht hier am Spiel? Ich muss dann mal was ändern. Das hatte ich aber schon. 3D-Auflösung. Ist schon nur Full HD. W-Sync kommt wieder an. Das will ich gar nicht haben. Ich muss so lange etwas bringen. Was gibt's denn mit? So ein doofes Spiel. Ach so, du hast es schon bereit gedrückt. Ja, okay. Ja. Das war's. So, Full HD scheint es neu zu gehen, irgendwie. Dafür epische Einstellung. Ich bin wieder ein Mann. Bist du schon im Flugzeug? Nö. Kommt, in 10 Sekunden. Ja, da bist du hier. Hey, 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 Vorsicht. Hier bin ich. Ich seh's. Wohin jetzt? Ach so, soll ich jetzt? Okay. Ja. Gut, dann machen wir mal ziemlich am Ende, würde ich sagen. Okay, ich hab den Marker gesetzt. Hab ich gesehen. Schön rosa. Wir springen bei 3, 2, 1, jetzt. Du hast direkt auf ein Haus gesetzt. Mhm. Und da ist doch schon wieder jemand anders. Ja, die flattern da schon wieder rum. Weil sie nicht vor mir fliegen. Ich bin gleich schon da. Ja. Ich seh' bis jetzt keinen. Ja, das ist schön, irgendwo anders zu laufen. Ich seh' nur dich bei uns, der 10 Leute. Komm raus. Ah, ich hab gleich geschafft. Okay. 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 Ich hab schon mal ne Truhe. Und da oben ist auch so ein Ding. So ne Platze. So ne Waffe hab ich noch keine. Hast du schon eine? Ja. Ja. Echt? Die hat aber nur 3 Dinger. Das ist so ne Atom-Dings. Drei Patronen meinst du das? Ja. Das ist so ne Atom-Dings. Atom-Dings, okay. Ja, halt Atom-Bomben-Dings. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne mich in dem Spiel das so aus. Ich hab schon zwei, äh, leichten Schutz. Mhm. Ach, das bist du aber schon gedacht. Du wärst nicht mehr einer. Nee. Ich hab noch ein paar mehr... Patronen. Mhm. Aber sonst gibt's hier, glaub ich, nur Eisen. Und Holz. Und da oben sind noch Patronen. Und Dinger. Und Dinger. Kommt man hier hoch? Hm. Ich kann mal einen kleinen Schuppen holen, ob da noch was ist. Ah, das ist ne Schatzkiste wieder. Oh. Oh, oh. Da ist direkt jemand am Bauen. Oh mein Gott. Was tut schon jemand am Bauen? Hier, da ist jemand. Sterb, 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 sterb. Oh Gott, oh Gott. Kämpfen oder was? Nein, der hat mich getötet, der hat mich getötet, der hat mich getötet. Ah. Bist du schon komplett, oder bist du noch ein Krabbeln? Ich hätte dich grabbeln gehört. Ich krabbel, ich krabbel, ich krabbeln. Wo ist der? Wo ist der? Er hat sich geheilt, er hat sich geheilt, er hat sich geheilt. Jetzt habe ich ihn. Ah, ah, ah. Der los, den letzten Schuss. Töt ihn, töt ihn, töt ihn, ja. So, wie kann ich dich jetzt heilen? Du musst eh lange drücken. Bleib mal. Ich kann nichts aufsagen. Bleib mal. F wiederbeleben. F muss drücken, okay? Acht, sieben, sechs. Es ist niemand in Sicht. Gleich haben wir es. Okay. Okay, brauche ich ein bisschen Medizin. Die brauche ich für meine Waffe. Oh ja, jetzt kann ich meine Waffe mehr. Ja, hier ist noch. Äh, Pumpkin. Maschinen. Oh, die mag ich. Ähm, brauchst du eine? Ne, ich bin eigentlich voll ausgestattet jetzt. Ich glaube, wir müssen noch gucken, wo der Kreis das gerade ist. Hier ist noch eine Pistole, wenn du brauchst. Das ist eine Pistole. Ja. Ne, ich heime es jetzt mal ein bisschen hier. Ich guck mal kurz, wo der Kreis ist. Wir sind drin im Kreis. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ja, ich habe mal eine Markierung gesetzt in der Mitte vom Kreis, aber wir sind sowieso drin. So, wollen wir uns mal ein bisschen umgucken? Ich bin gerade dabei, mich noch zu heilen, aber jetzt bin ich wieder voller Prozent. Moment. Okay, was ist das für eine Waffe? Was denn? Ja, was du hast denn da? Wie vorne? Achso, ich habe so einen komischen Skin. Hier ist dann so eine Schrotflinde, glaube ich. Genau. Was die haben? Ja. Ich habe noch einen Platz. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, da oben auf dem Berg war so, hier ist noch in der Ecke irgendwas. Eine Angel. Eine Angel. Auch schnell. Ich glaube, da kann man es freischalten mit der Angel, wenn man dann angeln geht. Ja. Ja. Ja, das geht. Sonst war da auch keiner auf dem Berg. Immer gucken, dass uns keiner verfolgt oder so, ne? Ja. Ich glaube, warst du irgendjemanden gesehen auf dem Berg? Hier rechts von mir? Ich höre Schüsse. Ja. Da schießt jemand. Überlebensmitte, ja. Medaille, ja. Ja. Oh, oh, oh. Das war noch. Oh, da ist schon was gebaut. Also hier ist jemand. Ich sehe da jemand. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ich sehe jemand. Ja, ich habe es auch gesehen. Es sind zwei. Es sind zwei. Es sind auch Themen logischerweise. Die hauen gerade ab. Ich habe eine Granate, schmeiß ich mal da rüber. Ja. Ja. Laufen außen rum. Kommst du mit? Warte. Was denn das? Na also, ja. Ist das ein Spieler? Ne, ne? Okay, was? Na hier, guck mal dieses... Warte, ich will in Lama. Ich will in Lama. Ich will in Lama. Warte, nein, nein, nein. Ich will in Lama. Warte, nein, nein. Ich will in Lama. Ach, Mann. Ah, mein Name ist Lama. Okay, den einen Gegner habe ich weg. Ja, und ich liege hier und krabbel. Ist da noch einer? Oh ja, der ist... Ah, da ist direkt jemand vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin tot. Ich hatte eure Sicht. Ja. Hat mein Lama geklaut. Mhm. Na, so, machen wir noch eine Runde und dann machen wir erstmal Abendessen, würde ich sagen. Ja. Erstmal stärken und vielleicht läuft es dann besser, ne? Ja. Ich bin bereit. Ich auch. Pustest du so ins Mikrofon rein? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich mal eine... Nase. Hm. Was? Geht schon los? Strand ist ja cool. Die üben hier alle schon. Die üben hier alle schon. Willst du wieder einen Marker setzen? Ja. Und zwar hier. Okay. Am Strand. Mhm. Vielleicht können wir wieder Boot fahren. Ja. So, ein Kanonenboot. Drei, zwei, eins, abwärts. Ich hab viel zu früh den Regenschirm genommen. Es dauert jetzt noch, dass hier da unten bei uns ist schon wieder jemand. Ja, ja, ja. Scheiße. Ach, da sind viele da. Oh ja, da sind viele. Oh no. Ich geh mal ganz vorne auf diesem Steak jetzt fast gesagt. Oh no. Das ist ein Holzsteak, wo das große Gebäude ist. Da geh ich mal hin. Ich flieg viel zu langsam. Oh no. Oh, Hilfe. Ähm. Da schießt's schon wieder. Oh. 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 Ich hab jetzt auf einmal im Werfen so eine hässliche blaue Skin... Bist du schon gelandet irgendwo jetzt? Ja, ich bin auf der Insel gelandet, weil ich zu früh den Regenschirm aufgemacht habe. Auf der Insel? Warte mal, ich guck mal auf der Karte. Ja. Aber ich bin nicht im Kreis. Das ist ein Problem. Achso, da bist du. Ich setze mal eine Markierung, wo du hinlaufen kannst. Oder wo wir uns treffen. Ja? Okay. Oh. Was mache ich denn? Okay. Geh ich mal eine Runde schwimmen erst. Ich merke meine Sachen nicht. Vielleicht komm rüber geschwommen auf der Insel zu dir. Keine Hände mehr, okay. Okay. Ich seh dich bis direkt vor mir auf der Insel. Ich komm auch auf der Insel gerade, ne? Ja, ja. Ich seh dich. Ich seh noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Okay. Wir kommen dann laufen über die Insel und gehen auf die andere Seite. Das wir uns festladen kommen wieder, ne? Mhm. Warte, da ist ein Baumaterial mal sammeln, vielleicht noch. Okay. Gucken, vielleicht ist in einem Flugzeugwrack irgendwas drin, warst du schon mal drinnen gewesen? Ja, ja, ich war da schon drin, da ist, ähm, nichts mehr. Nichts mehr? Vielleicht, vielleicht steht vorne drin noch. Schwerte Expressionen irgendwo. Äh, ja, da hin. Da drüben auf dem Festland, da sind sie wieder. Und da ist hier die Tür. Hier ist eine Truhe. Nimm doch jetzt mal. Achtung, der im Kanonenboot schießt auf mich. Oh, der kommt geflogen, Achtung. Oh, oh. Das sind zwei, Lotte, das sind zwei, den einen habe ich. Oh, 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 oh. Musst mir helfen, Lotte. Ja, wo ist der? Oh, shit, den einen habe ich. Holt den anderen weg. Wo ist der, wo ist der? Links von dir, links von dir. Da. Der sieht ja aus wie du. Okay, jetzt kannst du beschreiten. Jetzt kannst du beschreiten, super. Okay, warte, warte, warte. Erst mal schöne Sachen wegholen und dann mich sterben lassen oder was. Nein, ich bin schon dabei, dich wieder zu überleben. Gehst du denn mit deinem Kuppel hoch? Überleben. Medaille. So, here we go. Was ist das? Ähm. Nein. Was ist mein Lieblings? Ich muss ruhig erst mal ein bisschen heilen, glaube ich. Ich tränke erst mal hier ein bisschen Trau. Komm mal. Diesen Tag tränken. So, falsch rum. Ups, oh nein. Ich habe verschossen. Ja, die kann ich gebrauchen. Okay. Das war es doch hier schon. Wir müssen in den Kreis. Oh, ja, stimmt. Da ist ein Schärfstützengewehr, das nehme ich mal mit. Einschusten, ich werde verrückt. Gut, wir müssen in den Kreis. Kommst du mit? Papa. Wo bist du denn? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Hallo, hier direkt. Ja, komm. In den Kreis. Die Richtung müssen wir laufen, zu dem rosa Balken da vorne. Ja, wir gehen da zu diesem Häuschen da. Ja. Ich hoffe, da ist keiner mehr, aber das waren die zwei gewesen wahrscheinlich. Wenn man springt, ist man schneller, ne? Echt? Ui, ui, wie ein Delfin. Hey, cool. Ich habe mich gerade abgeholt, was mit Wasser. Wenn wir das schon mal kurz gucken, ob das was bringt. Ne, da kommen wir nicht. Der Kreis kommt schon, wir müssen weiter. Oh nein. Ich wollte doch gerade noch hier was holen. Komm, natürlich runter. Na, 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 na. Oh, okay. Ich bin auf dem Weg. Oh, na, 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 na. Ähm. Komm, 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 wir müssen weiter. Der Kreis kommt, der Kreis kommt. Der Kreis kommt. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Du bist genau auf der Walzen Seite vom Gebäude. Äh, ich komme runter. Ich setze einen Markierer. Hier ist der Markierer, rosa. Ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin hinter dir. Alles super. Es wird Zeit. Noch ein paar Sekunden. Ich hoffe, da sind nicht so viele am Rand jetzt. Und dann sind die Häuser. Das sind halt Häuser. Kann sein, dass sie halt drin sitzen. Da, da, da laufen schon welche. Wir laufen noch ein bisschen rechts vorbei an einem Gebäude. Komm, rechts vorbei. Komm mal zu mir. Was? Wo bist du denn? Aufgucke auf der Karte rechts oben, wo ich bin. Ja, ich bin da. Nicht direkt in den Ort reinlaufen, dann werden wir gleich erschossen wahrscheinlich. Aber das Liederne kommt. Ja, ja, wir sind hier ganz nah am Kreis. Komm her zu mir. Ich bin direkt am Kreis. Wo bist du denn? Ja. Jetzt können wir rein in den Kreis. Oh, oh. Der Bus hat sich da lehren. Mal kurz umgucken. Oh mein Gott, da kommt schon jemand. Wo, wo? Da oben auf dem Berg. Ähm. Oh, was ist denn da los? Ich hab keine. Falte Waffe ausgerüstet rum. Oh, shit. Was? Aufgepasst. Ich bin... Ich bin am Boden. Du musst mir helfen, Notte. Du musst dir nicht schießen. Oh, da ist jemand. Oh Gott. Ja, schieß, schieß, schieß auf den. Ich treffe den nicht. Na, du hast doch nicht rotfühlen damit. Dann triffst du nichts auf die Entfernung. Warte. Ich hab ihn gleich. Ja, du kriegst den, du kriegst den. Jawohl. Ich hab ihn. Komm zu mir, ich sterbe gleich. Oh, sorry. Ähm. Ach, Mist. Hier, hinter das Haus, hinter das Haus. Ich krabbel in das Haus. Da kannst du mich vielleicht schnellen. Oh, 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 oh. Mist. Mist. Er ist beide erwischt. Bist du auch? Hat er dich auch erwischt? Ja. Aber trotzdem, immerhin. Genau, Mama ran. Lassen wir jetzt zurück zur Lobby, zurück am Abendessenstisch. Erstmal Wurstbrot essen. Und dann können wir gestärkt nochmal die Sache eingehen. Okay? Ja. Ja. Gut, dann tschau. Oh, ich hab was bekommen. So ein Banner. Also, bis gleich. Ciao, ciao. Also, das istprawda. Ja, ich sehe mir nicht. Wie war er Wurstemptative? Untertitelung des ZDF, 2020